Hallo, also heute mal die Charaktervorstellung von Achilles. Ich habe jetzt schon mal zwei Spiele mit ihm gespielt, da die Erklärung von seinen Skills nicht gerade ziemlich eindeutig ist, wollte ich erst mal schauen wie ungefähr er funktioniert. Wir werden den heute mal im Jungle spielen und schauen wie er sich so anstellt, also wie er ein Assassin ist oder ein Warrior. Er sieht eigentlich ziemlich nice aus als Assassin, denke ich. Das würde ziemlich gut gehen. Genau, erstmal zu seiner Passiven. Wie ihr seht, leuchtet über mir jetzt ein Schwert. Mit Linksklick kann ich das auf Armor wechseln. Das heißt, ich entscheide mich, ob ich eher Tanky bauen will oder ob ich auf Power bauen will. So, das ist jetzt Armor. Eigentlich hat es sich umgestellt. Okay, und mit Rechtsklick bestätigt man es. Jetzt baue ich eher auf Power-Movement-Speed in meiner Passiven. Sozusagen mit dem Level habe ich mehr Movement-Speed und was weiß ich nicht. So, Movement-Speed und Power. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Ich denke, Blink wäre ganz geil. Okay, zu seinen Fähigkeiten. Seine 1, wie ihr sehen könnt, könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie bei Nemesis. Alles im vorderen Radius, was er trifft. Also hier wird die Gegner stun. Alles, was er dahinter trifft, die Gegner kriegen halt dadurch noch 80% vom Damage ab. Aber auch wenn du jemanden stunst, kriegen die Hinteren trotzdem noch den Damage ab. Das ist auch ganz nice. Die 2 ist ein Steroid. Da gibt er sich extra Protections und Power und heilt sich pro getroffenen Gegner mit einer Fähigkeit. Also wenn ihr die 2 aktiviert und dann die 1 macht und trifft jetzt einen Haufen Minions, heilt ihr euch halt für den entsprechenden Betrag. Ja, genau. Die 3 ist ein Dash. Ganz geil eigentlich. Also du kannst dashen und nach dem Dash hast du Zeit eine Attacke auszuführen. Wenn du mit der Attacke einen Gott triffst, kannst du nochmal dashen und nochmal die Attacke ausführen. Und die 4 ist ein Execute, wo er sich auflädt, auf den Gegner klatscht und wenn er halt in Execute Modus ist, ihn kurz wegbrotten. Ganz easy. Genau und den kann er halt auch wie Scylla wiederholen. Jedoch kriegt er immer weniger Protections hier öfter ihm geholt. Also er ist labiler. Jetzt schauen wir mal, wie der sich im Jungle anstellt. Also der Damage ist schonmal ganz geil. Boah, der Hades, oh der Hades ist schon fast am sterben. Okay. Ja, das sollte er schaffen. Genau, ich skill jetzt erstmal meine 3. Der andere Jungle ist noch nicht da. Okay, der Hades wurde gecatcht von Thanatos. Könnte ich nichts machen. Oh, diese Leute. Nervige, nervige Leute. Was soll ich mit Level 2 machen? Eigentlich hätte ich die einfach lassen sollen. Aber schauen wir mal. Nichts Besonderes, siehst du. Absoluter Scheiße. Ich hätte einfach nur hier müssen. Verdammt. Also, immerhin der Poseidon. Ist leise und macht was er soll. Okay. Okay. Wie gesagt, hier unten könnt ihr ja sehen. Mit jedem Level steigt meine Power und mein Attack Speed. Äh, mein Movement Speed. So. Okay. Boah, das dauert echt ewig bis ich ohne. Boah, das dauert echt ewig bis ich ohne. Okay, den Farm nehme ich mal mit. Tana fehlt. Ziemlich hinterher, weil ich so einen dummen Gang gemacht habe. Jetzt werden wir wahrscheinlich... Oh, der, der, der. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge. Junge... Junge. 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 Genau, habt ihr gesehen, ich heile mich. Ich konnte noch mal Galsch und das da. Jetzt hab ich gesagt, das ist... Ey, das ist... Das ist schon sexuell. Oh man, echt, Mann. Noch mal dashen und... Oh, Alter, okay, das ist schon sexy, also muss man schon sagen. Oh, das? Ah, das mit diesem Doppelleap, das ist schon nice. Schauen wir mal, wie das mit mir ist. Ja. Jawoll. Executen, wenn wir ein bisschen... Mana hätten. Okay. Ja, das ist ganz geil, also muss man schon sagen. Okay, was hole ich denn als nächstes? Ich denke mal, Cooldowns sind ganz nice. Ja, physischen, holen wir erstmal Physik. Ah, scheiß drauf, erstmal Power. Doch, das holen wir uns zu. Ja, der Hades hat echt Schwierigkeiten gegen Kukulein, also... Was will man sagen, Kukulein? Er hat halt einfach doppelt so viele Skills wie jeder andere. Ja, das hat ja auch ein bisschen... Ja. Okay. Okay. Wo hast du reingefrexed? Unglaublich. Er muss ja auch smite. Was will man machen? Er kriegt richtig auf die Fresse und verpistet sich. Oh shit. Oh shit. Okay. Ja, ich hätte jetzt gerne gezeigt wie man den genau mal spielt, aber dieser Recher ist eine Riese. Schauen wir mal ob wir da 4 gegen 5 gewinnen können. Wer weiß. Just what I need. Also irgendwie ist der Charakter verpackt. Also eigentlich müsste ein Schwert über mir auftauchen. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Jetzt spiele ich wohl Solo-Lane und Jungle zugleich. Richtig sexy. Schauen wir mal wie so ein 1 gegen 1 Kuku-Lane läuft. Gegen Kuku-Lane läuft. Ich hab das gesehen. Noch mal der Schmerzock. Oh ja. Der verwandelt sich gleich. Oh, das ist ja eine Katastrophe ey. Da muss man zeigen wie eigentlich gerade funktioniert und direkt hat man so einen... Der stirbt doch so in Verwandlung. Deine Lagung. Ja. Ja, 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 ja. Das ist unglaublich. 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 Dieses Kid ist schon richtig erotisch, muss man sagen. Ah, ich will irgendwie noch nicht surrendern. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. 0-4. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Okay. Okay, ganz geil. Das ist unglaublich. 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 Das ist unglaublich.